Wo haben Sie diesen Typen kennengelernt? Im Bus. Im Bus. Der turnte da an den Stangen rum und sprach mich dann an und gefiel mir sehr gut. Dann hab ich gedacht, dem beschaff ich mal einen Job im Thalia-Theater. Der stellte sich dann als großes Talent heraus. Wir steigen das Brutto-Sozialprodukt, ja, 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 jetzt wird er wieder in die Hände gespuckt. Wir werden die kanackigsten Deutschländer sein im Heimatverein, also Ausländereien. Auch wir sind Weltmeister, Papst und Oskar. Kiesmann, sein Bruder, ist der hipste Hopster. Wir versöhnen und verzächtern und scheißen auf Geld, denn wir sind die Zukunft der westlichen Welt. Das ist allen Ernstes wieder groß, Meiner. Vielen Dank.